Es ist nicht vorstellbar, definitiv nicht. Und im Moment ist ja, glaube ich, auch Lothar da mit dabei. Und wo ich war, ich glaube, es habe ich nicht live gesehen. Ich habe es eher dann im Nachgang mitbekommen, aber live habe ich es nicht gesehen. Und wo ich da war, das ist, glaube ich, schon ewig hier. Also das weiß ich auch nicht mehr. Und deswegen würde ich das so in der Form, denke ich mal, ich hoffe es, so nie machen. Also ich habe die natürlich schon gesehen. Ich habe eine Zeit lang mit meinem damaligen Zimmerkollegen Max Meier eigentlich alle Best-of-Interviews von den alten, rosigen Zeiten damals gesehen. Alle Ausraster vorm TV mir angeguckt und war da immer sehr amüsiert. Wir sollten trotzdem zusehen, dass Hansi nach dem Spiel nicht in eine ähnliche Situation gerät.